Hallo und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Divinity 2 Original Sin. Mit dabei ist der heißblütig darauf wartende, auf den Sieg wartende Sam Samuel. Hallo. So, in der letzten Folge haben wir diesen Kampf wieder mal begonnen. Diesen einen wahren Kampf, der Kampf, der alles beenden wird oder auch nicht. Mal gucken. Wir haben uns deutlich besser positioniert und stehen jetzt auch im Kampf besser da. Lose ist zwar schon gefallen, aber der Rest lebt noch, glücklicherweise. Und dein Vieh stirbt auch gleich übrigens. Ja, das ist dann halt so. Was hat der eigentlich vorgekommen? Ach, die sind feueranfällig. Wenn du in der Schriftrolle hast, könntest du natürlich lose wiederbeleben. Guck mal, der Typ ist so gut wie tot, ey. Ah, nice. Er ist tot. Na, Beste, dann mach du jetzt den letzten Stich gegen diesen bleicher Halsschlitzer. Kommt schon. Yeah. Huh. Wir haben es geschafft. Wir haben diesen Kampf beendet. Ja. Werden wir die jetzt so ausplönern hier, wie es nicht anders geht. Ja, wo ist halt diese rote, rote Hexe? Ähm, gute Frage. Nächste Frage. Nach so einem Kampf, äh, jetzt kann ich den Braten reinschieben, wenn sie will. So. Hier, du kannst hier übrigens deine Punkte noch wiederholen. Kannst du alle aussaugen, die Leute. Ich werde erst mal lose wiederbeleben. Ich habe ja genug Schriftrollen. Ernsthaft, du wolltest, du willst lose, du nimmst lose die Punkte weg. Ups. Alter Schwede. Da hab ich grad geschlafen. Das ist ein Fehler, warum stellt die sich jetzt wieder hin? Ups. Weißt du, diese Geier, ja? Diese Leute, die einem nichts gönnen und einem alles wegnehmen. Aber bin ich so hungrig. So, dann schauen wir den hier noch aus. Hm, yummy, yummy, yummy. So viel Quellenmagie. So, einer liegt da, da liegen sogar zwei noch, sehr schön. Ne, einer liegt da noch. Ist egal. Genug Punkte für alle sind da. So. Wohl gesättigt. Wohl genährt. Können wir ein bisschen Heilung gebrauchen. Das hier kann auch ein bisschen Heilung gebrauchen. So, ähm. Wo ist jetzt diese... Weiß, weiß, weiß der Elefant irgendwas? Nö. Diese rote Priesterin ist weg. Wir nennen sie einfach mal liebevoll Melisandre. Hier, vergiss Bestia nicht. Der steht da nur so rum. Ah, ja. Fragen, wieso diese Karawane gestrandet ist. Irgendwie helfen kann? Jaja, der Göttlische, der macht das schon, ne? Was hat der denn so im Angebot hier an, an coolen, krassen Zaubern? Oh, Schattendurchstrengung. Überladen. Aha. Phönix Sturzflug, springe durch die Luft an eine Zielposition und erzeuge beim Landen eine Feuerfläche. Uh, unschlecht. Hitze des Gefächs braucht aber als Kriegsführung. Fehlungen, reaktive Rüstung. Auf Basis... Bewirkt mit einer Welle von Metallspädern 108 bis 113 physischer Schaden auf Basis der aktuellen physischen Rüstung bei allen in Reichweite, auch bei dir. Hä? Macht ihr jetzt einfach nur 108 Schaden oder macht die 108 Schaden mal der Rüstung oder... Keine Ahnung. Ja, wer weiß das schon. Okay, Heilritual sendet eine Welle Heilung zu einem anderen Charakter. So. Ist auch nichts Vernünftiges dabei. Lötter Ring hat er auch nicht. Was ist mit dieser bedrohlichen Wache, die hier so rumzieht? Ich gucke dich. Oh, hier mit dem Kühlen kann ich nochmal reden. Mit diesem Ochse eines gestrandeten Händlers. Hat der noch was zu bieten? Irgendwelche Weisheiten. Sicher? Was hat Namen sie... Die Ochse fragen, was hier passiert ist. Die Ochse fragen, was hier passiert ist. Können wir mal runtergehen hier? Können wir mal runtergehen? Können wir mal runtergehen? Oh. Oh, hier liegt ein Toter. Ja. Können wir runterlaufen. Oh, hier... Geht's ein bisschen tief runter. Oh, da hinten... Da drüben ist eine Truhe. Oh, da kommen wir nicht ran. Was ist das denn hier? Verwesend. Oh, ich bin verwesend. Kommt Lose darüber gesprungen? Nee. Wäre auch zu krass gewesen. Welche Truhe denn? Wo ist die? Wo bist du überhaupt? Ach, da oben. Nee. Hä? Ach, da unten. Ja, da drüben ist so eine Truhe. Hey, da ist ein Ochse. Ja. Wo ist es die Truhe? Ja, das ist bei mir hier. Ich markiere die mal. Dort ist eine Truhe. Ja, da komme ich mal. Da komme ich bestimmt ran. Nee. Da kommst du nicht ran. Also, ich konnte mit meinem taktischen Rückzug auch nicht daran. Also, ich speichere mal schnell übrigens. Ist das hier oben? Das ist eine heftige Gegend hier. Oh, ja, diese Truhe ist wirklich weit weg. Passiert aber schon eine Umwelchung, was? Oh, ich bin so gut. Also, hast du die Truhe eigentlich bekommen? Ich hab die Truhe. Wie das denn? Ach, du bist da oben. Uh. Ja, stimmt. Von da oben hätte ich vielleicht auch runterspringen können. Oh, ich kann ja mal gucken, weil hier mein Bestie hat die gleiche Reichweite wie du eigentlich. Ja, der könnte da direkt überspringen. Ja. Nur zurückkommt er nicht mehr. Das ist richtig. Das ist eine Reise ohne Wiederkehr. Ja, einmal hin. Einmal hin, nie wieder zurück. Einmal hin, alles drin, ja. Genau. Hast du gerade um was gemacht? Äh, nö. Mal gerade gespeichert. Okay, dann. Ich kann dir den Spästchen nehmen und direkt ins Feuer teleportieren lassen da drüben. Oh, nicht schwisch. Oh, von dort von der Bestie glaube ich nicht. Bin ich im Kampf nicht. Was ist das? Verdammnisbringer. Toter Magister Inquisitor. Okay. Oh, Stufe 15. Holla, die Waldfee. Oha. Huiuiui. Oh, 100% Feuerresistenz. Das gefällt mir gar nicht. Und Giftresistenz. Immunität gegenüber verwesen. Dieser Charakter hat keine Talente. Das ist aber fies. Ey, das ist richtig fies. Wie kann man sich denn heilen, wenn man verwesst? Okay. Heilzauber und Dränke werden dir 100% Schaden zu wüben. Aber es gibt doch eine Möglichkeit, verwesend loszuwerden, oder? Ja, doch hiermit verstärken. Ich möchte jetzt mal wissen. Geht das auch so? Ah ja, verwesen wurde entfernt durch Verstärken. Ah. Also das funktioniert. Jedenfalls kurzfristig. Gut, für dich ist es ja egal, ob du verwesend bist oder nicht. Ja. Die Heiltränke machen dir so oder so Schaden. Okay, wir könnten einfach hier oben stehen und einfach runterballern. Willst du mal absprechen vorher? Ja, auf alle Fälle. Also der ist Stufe 5. Sie ist zwar nicht unbedingt schwach, aber jetzt auch nicht super stark. Oh, was hast du mal laden? Hä? Was hast du gemacht? Jetzt ist es zu mal laden. Warte. Laden. Ich lade. Dann gucken wir mal. Also was ich gemacht habe, ich wollte meine, ähm... Ach, Bande der Pein und dich dann heilen? Nee, ich wollte meine toten Hände, die aus dem Boden kommen, auf die zaubern, aber das geht anscheinend wirklich nur, wenn du mit ihnen auch im Kampf bist. Aber du hast gerade Bande der Pein gemacht, oder? Nee, das habe ich danach noch gemacht. Heißt, wir könnten dich einfach zu Tode heilen und dadurch ihn töten. Und dadurch, dass du verwesend bist, müsstest du eigentlich theoretisch ja 200% Schaden kassieren. War schön, wie ich fand, dass man von hier hinten eigentlich angreifen kann. Ja, weiß nicht, wir könnten den da angreifen, ne? Wollen wir mal machen? Ja, ich will mal gucken, ob ich dann aber hier meine super Blitzfähigkeit machen kann von hier oben. Ich habe ja den tollen Kettenblitz. Ja, das Problem ist, dass ich weder mit Feuer noch mit Gift gegen ihn irgendwas ausrichten kann und das sind eigentlich meine Hauptangriffspunkte. Ja, mal das recht. Das ist quasi das Einzige, was ich machen kann. Probier mal was aus. Ich kann nur Erdschaden machen. Ah ja, sehr schön. Guck mal, siehst du, das hier geht doch. Oh, schade, er ist oben bei uns. Oh, Lose lebt noch. Ja, perfekt. Ich lebe auch noch. Ich lebe immer noch. Ich lebe immer noch. Erstaunlich. Eine Menge. Ach so, ihr seid jetzt auch alle verwesen. Das ist ja witzig. Ja, wir verwesen alle hier. Gut, mich juckt das ja nicht, aber... Okay, das könnte tatsächlich wehtun. Ja. Ja, war gut. Oh. Oh, ne, bandet der Pfeil, ne. Das ist, das ist nicht gut. Aber wenn du ihm den Charme machst, hast du ja keine Probleme. Hast du ihn einfach zaubert? Wait, what? Warte mal. Beste steht auch bei mir. Hä? Wieso hat der eine den anderen angewirkt? Weiß ich nicht. Ach, um dir schadens die machen? Ja, scheinbar. Das ist ja clever, aber auch genial. Das ist tatsächlich clever. Mega. Der gefällt mir gut. Ja, leider. Du bist irgendwie dumm, aber clever. Herrlich. Was mache ich denn jetzt? Stärkt deine Rüstungen? Ja, das ist wahrscheinlich. Bringt mir zwar an sich nicht viel, aber... Magen wir hier so sicher. Du kannst dich hier heilen. Ach so. Ja, ich habe mich schon gehalten. Ich habe mich ja verstärkt, damit ich mich heilen kann. Das ist gar nicht mehr so doof, eigentlich. Ich habe leider auch nichts, um Bande der Peinen leider zu entbinden. Was sind wir jetzt zurückgeschleudert? Ja. Und ich schlicht. Ich sage, gegen diese Typen ist es kein Problem zu gewinnen, ja? Da kann ich mit Feuer-Problemos wegmehren. Deswegen ist es umso ärgerlicher, dass ich mit Bande der Peinen jetzt gebunden bin. Aber dieser Verdammnisbringer, der ist schon quasi gut angeschlagen. Also, seine Rüstung ist weg. Oh, der war schön. Ach stimmt, wenn die ihm Schaden machen, dann schaden sie nur meiner Rüstung. Das ist gut. Dann kann ich doch problemlos angreifen. Ach, da oben ist ja ein Inquisitor. Also, da oben. Ja. Oh, das ist ja gemein. Wenn er so dumm steht, irgendwie. Ich kann hier Urlaub mal mit Beste was zu tun. Ja, genau. Kann er auch mal angreifen? Oh, ja. Ja, ist ja schön. Oh, der ist vergiftet. Das ist natürlich schlecht, weil er tot ist. Ach, verdammt. Oh, nochmal Bande der Peinen. Ach, auf Lose. Na gut, das geht ja. Okay, Lose ist dran. Ah, der musste sein Zug überspringen, der Kackdrager. Boah, friss das, Bitch. Dieser ballistische Schuss ist so geil, ey. Mit 5% Bonus-Schaden pro Meter. Wie weiter der Gegner weg ist, ist so besser. Boah, tschüss. Aber ist das Gift, hilft dir da unten ja auch noch. Woher kommt gleich das Blöde? Ja, kein Problem. Wenn ich dran bin, wäre ich einmal mit Feuer durch den Meeren und dann hat sie es gegessen für die. Einzige Blöde, ist euch jetzt diesen Heini nicht an, weil du dann den ganzen Schaden bekommst mit Lose. Ja, das ist mir ärgerlich, weil Lose kriegt den Schaden voll ab. Allerdings, wenn du den Tod kriegst, dann wäre es in Ordnung, weil Lose hat ein bisschen mehr Leben als der Typ. Ja, aber das wäre... Aber am besten traue ich nicht zu, dass er das schafft. Ja, okay. Ich kann hier wenigstens ein paar Status-Probleme machen. Ja. Wenn du ihn hier verstummen kannst, wäre das natürlich super. Das zählt nicht, weil er magische Summe hat. Und die alle auf den einen Prügelklammern hauen, ey. Ja. Ah, der Strayer kommt nicht bis dahin. Schade. Schade. Na, machen wir es so hier. Machen wir es mal so hier. Rüstung hoch. Und dann, wie gefällt euch das hier, Bitches? Ach, wunderschön. Und einer nach dem anderen verbrennt. Okay, die Wande der Pein hat sich damit erledigt. Und meine magische Rüstung hat den kompletten Schaden abgefangen. Sehr schön. Gut, dass ich nochmal Schilde hochgemacht habe. Ja. Bande der Pein, ey. Lächerlich. Lächerlicher Kinderkram. Hast du noch Verstärken zur Verfügung? Ja, sehr schön. Danke. Oh. Das Problem ist, dass Lose die am meisten Schaden an ihm anrichtet. Das wäre jetzt natürlich super, wenn Lose überlebt, aber das sieht alles eher mäßig aus. Oh nein, Panisch. Oh nein. Manisch blockiert durch magische Rüstung. Ja, bei mir ist die magische Rüstung alles weg, leider. Ah. Das ist jetzt ärgerlich, weil Lose haut so viel Schaden auf diesen Verdammnisbringer ein. Das ist so ärgerlich. Hey, der ist auch ein toter Magister. Wo kommt der denn jetzt her? Aber Beste macht ja auch einiges an Schaden. Na klar, dafür hat er keine Resistenzen. Sehr schön. Oh, Säure. Ah, ich bin gleich tot. Also Lose ist gleich tot. Ach, der Typ ist da im Feuer verreckt, deswegen. Ah, noch einmal anhusten, dann ist Lose tot, leider. Oh, ich dachte schon, du heilst ihn jetzt. Weil er ja 100% Giftresistenz hat, aber... Das ist in dem Fall egal. Und wir nach unten. Ah, der Lose ist tot. Ah, schade. Schade. Lose hat echt den Unterschied gemacht. Er ist wieder oben. Okay, jetzt sterbe ich. Ne, ich bin verflucht. Und ich verwese auch wieder. Das heißt, ich kann auch nicht geheilt werden, leider. Oh, der sorgt mir Magie. Was? Oh, die Bratze. Ah, das ist ärgerlich. Weil, wenn ich panisch bin, kann ich auch nichts machen, leider. Hä? Das verstehe ich nicht. Naja. Ja, ich sehe auch nicht. Okay, jetzt ist es auch so, dieser innere Wunsch, gegen das Böse zu kämpfen. Wir müssen diesen Verdammnisbringer loswerden. Kannst du ihn angreifen, von da unten? Und warum hast du noch nicht mal dein Vieh beschworen? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Hey, ich schicke ihn die ganze Zeit wieder zurück, ja? Macht eine Menge Arbeit. Aber dadurch, dass er hier oben war, hat ihn da Lose überhaupt erst fast tot gemacht. So. So. Ja, jetzt ist er da. Jetzt wendet sich das Blatt. oder bei der panne der pein kaum jetzt nur noch 190 schaden das wird er wohl hinkriegen ja wie sie vor wie vier erfahrungspunkte alter schwede oder die weitfee letztlich das wetter gut gutes wetter und ich bin auch nicht mehr panisch erstaunlich einfach zu besiegen ja im vergleich zu den kämpfen zu dem kampf davor schon ernüchternd ist aber auch kein drache ja so verdammtes kreatur sind verdammtes bringer so was so was bitte nicht als drache bezeichnen das sei dass das ist phase quasi schon hohen die ganze zeit nichts gemacht außerdem durch die gegend zu teleportieren ja so hier ist das noch mal hier frisst das bitch so ja so klärt man das ja so dann werde ich jetzt noch eben kurz lose wiederbeleben und dann würde ich sagen an der stelle ich hoffe euch hat diese folge gefallen und dem uns beim nächsten mal wieder als bis denne cheerio